hallo leute folge nummer 61 von valheim ich hatte eine lange folge aufgenommen die musste ich splitten und das hier ist jetzt der zweite teil sozusagen ich habe aber folge 60 und 61 daraus gemacht ja es geht jetzt weiter mit bett braucht ein dach schaust logo dann gehen wir auf ein großbildschirm dach brauchen wir jetzt alles klar vier holz am wett benötigt ein dach dach bett hat nicht genug schutz ok kommen wir schon wieder irgendwo welche oder meine güte reicht jetzt aber auch müssen jetzt unbedingt was essen pilz dauert noch vier minuten ok bergmann kann man hier bett ist da aber nicht genug schutz so ist jetzt genug schutz bett hat nicht genug schutz jetzt haben wir wieder nicht genug holz diese hier wollte ich haben wenn da fehlt mir holz da hinten nicht noch ganz viel so jetzt noch mal vier rechts klick aber die wand habe ich schon da wieder einer da ist wieder einer boah hier muss ein nest sein sind hier irgendwo so ein teil und spawner sehe aber keinen ich habe da schon wieder einen von den typen gehört gerade ich habe da schon wieder einen von den typen gehört gerade hat immer noch nicht genug schutz schon riesen dach geschafft ne wir können hier also jetzt da da Ich weiß nicht, ob ich das hier noch jemals schaffe. Fehlende Voraussetzungen, wir haben keinen Holz mehr. Ist denn jetzt mit dem Bett was? Das Bett hat nicht genug Schutz. Reparieren wollte ich ja gar nicht damit. Jetzt kann ich es noch einmal beanspruchen oder was in Besitz nehmen. Ich dachte, ich könnte einen Zwischenstand machen, aber ist nicht. Dann brauchen wir jetzt noch eine Plattform darunter, das könnte natürlich auch noch sein. Ich weiß nicht. Dann kriegen wir jetzt das Bett dahin. Dann sind die Voraussetzungen nicht da. Jetzt will wieder Holz. Okay. Jetzt haben wir genug Holz aufgesammelt. Und jetzt will ich endlich wissen, ob ich das Bett hier hinkriege. Muss doch jetzt klappen, oder? Das Bett hat nicht genug Schutz. Hol den Hammer raus und kann auch alles hier kaputt. So. Habe ich alles aufgesammelt? Ich glaube schon. Ob ein neues. Jetzt haben wir die schicken Pilze gesammelt. Jetzt bauen wir erstmal den Boden. Wir bauen. Boden. Ich will den Pilz noch haben. Wo kann ich denn jetzt hier mal ordentlich was bauen? Höher geht nicht. Hier ist gut. Wieso? so jetzt noch mal bauen hier war schon richtig aber rechts klicken machen wir erst noch anders machen wir erst diese band dann jetzt das dach und jetzt brauchen wir noch das spitze so und jetzt hätten wir gerne noch das bett jetzt wird's holz das ist auch ein holz was wir da jetzt haben jetzt aber das bett bauen kriegen wir das jetzt hin wo ist er denn der kam jetzt hier weg oder hier ist doch kein spawner ich weiß nicht wo der weg ist egal so jetzt kann ich in den besitz nehmen spornpunkt gesetzt und schlafen kann ich jetzt auch okay so werkbank aha die geht nur wenn sie ein dach hat dann könnte ich sie hier hinstellen aber wenn ich sie abreiße geht glaube ich mein bett kaputt kann das sein jetzt kann ich die andere abreißen so wir können erstmal reparieren hier das ist wichtig und das war es erstmal die reiße ich jetzt gerade noch ab weil dann kriege ich noch ein paar rohstoffe zurück so wo ist mein dingens hier kein platz im inventar da müssen wir jetzt erstmal aufräumen da soll uns hin vorkommen ja pilz essen steine wegschmeißen und die nehmen so und ich würde sagen wir sind schon in einer halben stunde dann muss ich gucken was ich daraus mache ich würde sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wenn ich das nächste mal ein video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao 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 ciao